hallo leute wir wünschen euch ein frohes neues 2023 und freuen uns darauf dass ihr uns weiter mit kommentaren tipps und auch kritik zur seite steht das jahr 2022 war für uns recht erfolgreich in den letzten drei monaten mussten wir einige projekte zwecks arbeit zurückstellen die aber nicht vergessen sind und auch nachgeholt werden auch möchten wir uns bei euch bedanken für die zusendung von sets die wir hier aufbauen durften danke auch an die hersteller von klemmbaustein die uns mit kostenlosen produkten bedacht haben wir sehen zuversichtlich auf das jahr 2023 und wünschen euch dass ihr alles erreicht was ihr euch vorgenommen habt also gehen wir das neue jahr freudig an tschöle